Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Black Mirror Teil 1. Wir sind gefangen in einer alten Mine. Wir haben gerade ein Tagebuch von dem armen Kerl hier, der da wohl halbwegs verhungert und verdurstet ist, so wie es auch steht, oder am Blutvergessung gestorben. Und wir müssen irgendwie den Aufzug wieder in den Gang bringen oder sowas. Können wir hier... Ein Sicherungskasten. Den fasse ich lieber nicht an. Ja, ja, fass doch nicht an. Aber wir haben diese Pläne da und dieses Buch. Und wir haben eine Pistole bekommen. Können wir ja schon mal einiges mit machen, sehr wahrscheinlich. Schauen wir mal, was wir oben noch so haben. So, können wir jetzt diese Pläne darauf anwenden? Ich werde versuchen, ihn mithilfe dieser alten Pläne betriebsfähig zu machen. Mhm. Müssen wir uns nicht selber rätseln. Jetzt läuft der Antrieb. Hoffentlich funktionieren jetzt die Kontrollen im Fahrstuhlraum. Kontrollen im Fahrstuhlraum. Das da. Ne, Maschinenraum. Zum Lager. Was ist denn der Fahrstuhlraum? Ganz unten, das Teil. Ah, und da ist ein Leck. Na toll. Darf ich das berühren? Dampf zieht durch eines der Rohre. Dieses Loch sollte ich mit etwas verstopfen. Ha! Jetzt kommt auch mein Lappen zum Einsatz. Ich würde mich verbrennen. Jetzt kann ich ihn auch erst nass machen, sehr wahrscheinlich, ne? Also ab hoch da wieder. Er schade, dass ich das nicht schon vorher machen kann. Also er muss erst einen Grund haben, warum er den Lappen angefeuchtet. Ganz schön laut hier drin. So, raus hier. Ich habe das Loch im Rohr geflickt. Verflucht. Die Maschine hat die volle Leistungsaufnahme nicht verkraftet. Hm, nur? Vielleicht ist es nur eine durchgebrannte Sicherung. Aha, dann schauen wir nochmal. Eine Sicherung ist durchgebrannt. Eine Sicherung... Okay, wir hatten oben im Vorraum einen Sicherungskasten mit ganz vielen Sicherungen. Na komm. Will er nicht. Ich werde versuchen, eine Sicherung aus diesem Kasten für den Generator im Fahrstuhlraum zu benutzen. Vielleicht wollen wir nochmal enteisen. Ist das richtig? Nö, ne? Okay. Mit dieser Sicherung müsste sie funktionieren. Let's test it. Jetzt läuft sie mit voller Kraft. Ich sollte versuchen, den Fahrstuhl zu holen. Vielleicht funktioniert er. Dann komme ich endlich hier raus. Tja, schauen wir mal. Ah, da können wir ihn rufen. Aufzugsteuerung. Perfekt. Der Fahrstuhl ist betriebsbereit. Oh, das sieht stark nach Kapitel-Ende aus. Geht nicht auf. Ah, doch. Spannende Musik Endlich. Das ist das oberste Geschoss. Jetzt müsste ich ohne große Mühe hier rauskommen. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas haben, was wir einsameln können. Wahrscheinlich war früher Dynamit darin. Sie enthält noch alte Zündschnüre. Nichts. Außer alten Zündschnüren. Ja, die nehme ich. Her damit. Hat er die genommen? Nö. Na toll. Wir basteln uns selber eine Bombe. Erdhaube. Bloß ein Haufen Erde. Sonst nichts. Riecht nach Rost. Hm. So, wir haben länger nicht mehr gespeichert. Das ist ja bei dem Spiel immer ein bisschen fatal. Gitter. Das Gitter wird von einer Kette mit Vorhängeschloss gesichert. Aufschießen. Ich muss gut zielen und die schwächste Stelle des Schlosses treffen. Oh je, das geht doch bestimmt schief. Nö. Ein perfekter Schuss. Das Vorhängeschloss ist offen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, Samuel. Wow, du bist ja richtig super. Der Weg ist frei. Ich habe es geschafft. Yeah. Frieden. Das sieht nicht gut aus. Ach, den müssen wir schießen, ne? Au. Ah, Vollmond. Ich glaube, der hätte mich sonst umgebracht. Vollmond. Das können wir aber gerade mal testen. Da bin ich mir nämlich nicht sicher. So, die Sachen haben wir uns alle angeguckt. Kräftiges Vorhängeschloss. Das wir... Ups. Umbaddern. Ich muss gut zielen. Ein perfekter... Bla, 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 bla. Halt. Noch nicht rausgehen. Äh, bevor wir das nochmal gleich machen müssen, falls wir jetzt sterben. Testo. Der Weg ist frei. Ich habe es geschafft. Das sieht nicht gut aus. So, können wir wegrennen? Nein, können wir nicht. Zack, er fällt mich direkt an. Ja, 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 okay. Ja, ja, okay. Also, wir müssen ihn auf jeden Fall abknallen. Der Weg ist frei. Ich habe es geschafft. Das sieht nicht gut aus. Wir haben genau zwei Schuss. Und jetzt wieder gar nichts mehr. Guck dir den Mond an. Ja, ich glaube, ich glaube stark, dass der Mond extreme Auswirkungen auf uns hat. So, wegen irgendeiner komischen Strahlung, der von sich absehbar gibt. Also, ich merke das in meinem Real Life auch immer wieder. Ja, kleine Infos am Rand. Manche sind da nicht sehr anfällig für. Aber ich werde dann nachts wach und weiß nicht, was los ist. Und kann nicht pennen. Und wenn ich mich dann stundenlang hin und her wälze und irgendwann aufstehe. Und am nächsten Tag erfahre ich, es war Vollmond. Also, das ist ganz seltsam. Ich zwängte mich durch das dichte Unterholz des Waldes und steuerte auf das Schloss zu. Heute hatte ich Glück gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es aus den Tiefen der Mine schaffe. Oh, Samuel. Komm zu uns. Du siehst furchtbar aus, Samuel. Ist etwas passiert? Nein, ich hatte bloß einen anstrengenden Tag. Mir geht es gut. Du bist ziemlich spät gekommen. Ich wollte mich mit dir unterhalten. Aber ich muss in Kürze zum Sanatorium aufbrechen. Jetzt? Mitten in der Nacht? Ja, es gibt ein dringendes Problem. Kannst du es nicht auf morgen verschieben? Leider nein. Worum geht es dann? Ich... Ich weiß es selbst nicht genau. Das werde ich feststellen, wenn ich dort bin. Es ist bestimmt nichts Ernstes. Mach dir keine Sorgen, Victoria. Komm bitte so schnell wie möglich wieder. Es gefällt mir nicht, dass du nachts bei diesem furchtbaren Wetter dorthin fährst. Es ist schon spät. Ich muss jetzt aufbrechen. Sehr geheimnisvoll. Wir sehen uns morgen, Samuel. Wiedersehen. Pass auf dich auf, Robert. Ich breche morgen nach Wales auf, Victoria. In zwei Tagen kehre ich vermutlich zurück. Nach Wales? Nach Wales? Darf ich fragen, warum? Oh, nur zu Besuch. Ich habe die liebe Eleanor schon lange nicht mehr gesehen. Ich schreibe gleich morgen früh einen Brief an Sie. Kannst du ihn mitnehmen und Sie von mir grüßen? Selbstverständlich. Danke. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer, Victoria. Ich muss mich ausruhen. Natürlich, Samuel. Laut Williams Tagebuch ist der nächste Schlüssel im Schloss in Wales. Ich darf nicht zögern. Morgen breche ich auf. Kapitel 3 Auf nach Wales. Schauen wir uns da mal ein bisschen um. Den nächsten Schlüssel. Verborgenes Vermächtnis. Samuele, Samuele. 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 heute früh wachte ich schweißgebadet auf die vergangenheit und meine erinnerungen verfolgen mich bis in den schlaf ich hätte nicht zurückkehren sollen ich bändigte meine gedanken und beschloss das was ich angefangen hatte zu ende zu führen ich machte mich auf die reise zum schloss unserer familie in wales um das zu beenden was william nicht gelungen war in der hoffnung dass elenor mein besuch nicht ablehnen wird ich weiß nicht einmal ob sie sich noch an mich erinnert laut williams tagebuch ist der schlüssel irgendwo im schloss ich muss ihn finden ich habe aber keine ahnung wo ich mit der suche beginnen soll das gitter ist abgeschlossen die spitzen oben am zaun sehen sehr ungemütlich aus da komme ich nicht drüber hauptsache es ist nicht mehr rot türklingel haupttor schmetterlinge war die sich das schloss verlassen dazu an wenn ich tor ist bestimmt zu hallo ist da jemand niemand hat mich gehört dann klingeln wir mal ich warte noch eine weile vielleicht war das klingeln zu kurz und niemand hat es gehört möglich sind wir bei uns okay wir haben nicht mehr so viele gegenstände das schon mal sehr schön wo ist der brief den ich übermitteln sollte den haben wir gar nicht dabei auch gut dann klingeln mal länger sturm klingeln vielleicht funktioniert die türklingel nicht ich kann von hier aus nichts hören williams die drähte innen haben anscheinend einen wackelkontakt die klinge dünner wäre so können wir schlecht was machen geldstück nein tja schärfen kann ich das hier auch nicht oder haben wir sonst noch irgendwas verlassen wird wohl auch nicht geben zuerst muss ich das finden weswegen ich hergekommen bin ich gehe erst wenn ich es habe okay verstehe können wir hier was abbrechen das gitter ist abgeschlossen abgeschlossen die türklingel muss kaputt sein sonst hätte es bestimmt jemand gehört ach nee okay ich brauche was spitzeres als das vielleicht wenn die klinge dünner wäre wie kriege ich die dünner kann ich ja nicht irgendwie dünner machen mit diesen gegenständen das linke bein der statu ist abgebrochen wo ist das bein davon in der säule steckt ein nagel ja dankeschön ja wusste ich nicht mehr zu lang es war gar nicht schwer ihn herauszuziehen ein nagel okay ich werde versuchen den nagel so unter die türklingel zu klemmen dass er die drähte verbindet das scheint geklappt zu haben es kommt jemand ich bin hier um ellenor zu besuchen bringen sie mich bitte zu ihr es tut mir leid sah aber das ist unmöglich ich bin samuel gordon vom schloss black mirror ich bin hier um ellenor zu besuchen bringen sie mich bitte zu ihr es tut mir leid sah aber das ist unmöglich was meinen sie damit verzeihung sie sagten sie sind ein gordon ja samuel gordon der sohn von randall gordon ich würde ihnen gerne vertrauen aber ich kann nicht in letzter zeit hat es einige probleme gegeben und ich muss sehr vorsichtig sein wenn ich hereinlasse wenn sie vielleicht ihre identität nachweisen könnten sir ich habe einen etwas herzlicheren empfang erwartet es tut mir leid sah ich muss darauf bestehen tja dann zeig ihm halt deinen perso sir ich bin seit zwölf jahren im dienste von madame und ich bin ihr gegenüber völlig loyal na gut kein problem äh ich wollte nicht bestechen ich wollte ihm meinen perso zeigen hoffentlich genügt ihnen das hier als identitätsnachweis es ist william gordons todesanzeige sie ist ein grund weshalb ich hergekommen bin natürlich sir entschuldigen sie meine zweifel vor einiger zeit gab es einen einbruchsversuch daher die erhöhte vorsicht ich verstehe können wir jetzt hineingehen folgen sie mir bitte ich begleite sie ins schloss ähm äh verzeihung madame ja louis wie ich sehe haben wir einen besucher das ist samuel gordon er kommt von schloss black mirror oh ja ich weiß wer er ist louis alles in ordnung lässt ihr gedächtnis nach ich hoffe sie haben unseren gast herzlich willkommen geheißen louis ich wusste nicht wer er ist madame deswegen wollte ich ihn nicht herein lassen willkommen in wales samuel hoffentlich hat dich louis nicht zu sehr verärgert nein nein er hat mir den grund für seine vorsicht genannt heutzutage müssen wir besonders vorsichtig sein letzte woche hat man versucht bei uns einzubrechen aber das interessiert dich vermutlich wenig was verschafft mir denn die ehre deines besuchs können wir uns vielleicht unter vier augen sprechen ich verstehe louis sie dürfen sich jetzt wieder ihren aufgaben widmen gewiss madame danke ich freue mich sehr dass du da bist samuel ich habe seit jahren keinen familienbesuch mehr gehabt und hier vergeht die zeit so langsam sag wie lange hast du vor bei uns zu bleiben ein paar tage nehme ich an ich weiß es aber noch nicht genau nur ein paar tage das ist aber schade victoria hat mir geschrieben und von william erzählt ich mochte ihn sehr gern er war ein guter mann es war bedauerlich dass ich nicht zur beerdigung kommen konnte aber ich bin schwach und eine lange reise wäre für meine gesundheit abträglich ich habe das alles victoria in einem brief geschrieben ich hoffe sie ist nicht böse auf mich weißt du ob sie meinen brief erhalten hat ich habe noch keine antwort bekommen und weiß nicht was ich davon halten soll ich habe hier ihre antwort ich habe ihr versprochen sie zu überbringen tatsächlich das ist lieb von dir ich bleibe so ungern in ungewissheit ich werde ihn heute abend lesen aber du bist bestimmt nicht nur gekommen um mir einen brief zu überbringen tja massig fragen ich würde sagen die machen wir aber im nächsten video machen wir hier mal einen break bis zum nächsten mal euer chojin euer chojin euer chojin ich